So, herzlich willkommen zu einer neuen... Warte mal. So. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Pokémon Smaragd. Ja. Ich muss grad mal gucken. Ach nee, geht ja gar nicht. Ähm. Ich muss grad mal gucken, was ich da so hab. Alter, was... Was hier, was hier abgeht. Was ist hier los? Meine Pokémon sehen sehr gesund aus. Muss ich dazu mal sagen, einfach. Nein, ey, das gibt's doch nicht. Alter. Kaum fang ich an, kommt der Scheiß. Ach so. Zeigst du mir deine Pokémon nur ganz kurz, ja? Das sein muss. Ähm. Ja, Mucke! Ja, zu der Geschichte Der Gitarrist steckt sein Dings den dicken Ding in den Arsch der zwei Pokébälle in der Hand hält der hat seine Bälle quasi in der Hand ähm, ich will das gar nicht ich will das gar nicht wissen Möchten kämpfen, ja Blombrero das ist doch ein Pflanzen-Pokémon Fritzlblitz Fritzlblitz ich hab kein Boden-Pokémon Schitter Vinteddy und Bedbo Ja, Fritzlblitzki, Fritzlblitzki Die sind beide sehr uneffektiv quasi da muss ich erstmal gucken hier da wäre Scheingeister Ich nehm mal Bro Ne Ich nehm Bro und wen noch? Plakati der FEP muss ich Ciggy nehmen tut mir echt leid ich bin sehr unvorbereitet gerade Ja Meile Fresse Silberblick Wir wissen's Heuler Bis erstmal die Pflanze beißen das ist schön Dann Kopsnuss Dornabelle Ist das dein Ernst? Sag mal Ist das euer Ernst oder was? Beide paralysieren also was geht Paraheiler Bro Hier noch zwei Alter Verdammt So Wehe Mach das nochmal Den dreh ich aber durch Silberblick Naturkraft Sag mal Ist das dein Ernst? Alter Das Das ist ein super Anfang Das ist ein super Anfang also Alter Ich kann kotzen gerade Level 20 Das ist super Gesichte Gesichte Sorry Ich muss mal gucken was Gesichte ist einfach Verhindert Anstieg von gegnerischem Fluchtwert Brauch ich nicht Ja Ja Blanas Oh jetzt bräuchte ich ein Feuer Pokémon Alter Ganz ehrlich Das ist doch blöd Los dran Bis Da ist wieder der Bei Fritzelblitz ist es wieder die Gefahr Dass er sich paralysiert Die Gefahr gehe ich mal ein Na Na Das ist schon mal super Voltoball Ich bräuchte echt ein Boden Pokémon Ganz ehrlich Das ist unfassbar Wer Wer Wunder Meine Fresse Echt schwierig Ja Ich weiß Dass das nicht effektiv ist Aber Hau sei weg Ladeform Ja alter Ach Bro Was soll denn das Ja Was geht Er spammt ja jetzt nur Ladevorgaben Ich mein gut So lange keine offensive Attacke Einsetzt Ist mir Ist mir Wurst Aber Alter Ich bräuch erstmal Ich bräuch echt ein Pokémon Center Auf jeden Fall Ich möchte meine Sammlung vervollständigen Du hast die Rhythmus im Glut Das weiß ich Rotex gewinnt 1828 Ich sammle Trainer Rufeinträge Ist das ein Ernst Ist das ein Ernst Wie du rufst mich einmal an alter Da kriegst du einen Headshot Ach man Was Okay Erst fluchtunmöglich Und jetzt Flucht Äh Ja Alter Sag mal Kann ich denn mal Blödes Okay Fritzel willst trainieren Hier Donner Nein Nicht Donner Nicht Donner Kann der denn Kein Donnerschock Oder so Kann er Der kann Kein Donnerschock What the fuck Warum Alter Der muss ich echt trainieren Ist ja unfassbar Boah Alter Ich muss erstmal An Pokémon Center Ganz ehrlich Das hätte ich mal vorher machen sollen Das hört sich an wie so ein Weihnachts Weihnachtssong Wegen Weihnachten und so Wenn man Das hört sich so ähnlich an So Weihnachtssongs und so Ja Mach doch mal fertig da Das ist gut Dein Vater kommt jederzeit wieder Meine Fresse Aber hör doch mal zu Das hört sich an wie so ein Weihnachtssong Einfach Zumindest anfangs Bei den Entwicklern war wohl gerade Weihnachten Wo sie den Song entwickelt haben Auf jeden Fall Ja genau Natürlich Ja schafft er nicht Er hat keine Wirkung Ja ist auch ein Geist Nachtnebel Stirb Wow Mit das Nochmal Nachtnebel Jetzt aber Stirb Und zwar Gewaltvoll Ja Wir sehen uns in der Hölle 100 LVP Ich will mal Winter Äh Was Ach ne Ich will mal KTLP Äh KTP Werde ich mal Vorne setzen Einfach Toast Toast So Weil die hat am besten Ist einfach Wurde machen So Weil ich genau das weiß Der Pfeil der gehört da nicht hin So Sorry So Ähm Nachtnebel Lockduft Fluchtwert Ja Fluchtwert Segen Genau Nachtnebel Tschüss Wir sehen uns in der Hölle Passt ja auch zum Geist Pokémon Wenn ich sage Wir sehen uns in der Hölle Weißt du da Weißt du Bescheid Ein Schluckbuch Da wird wieder Psycho gut Warte mal Damit sich der Magen umdreht Weil Ist ja eigentlich auch Ein Magen Pokémon Ich Weiß gar nicht Was die Äh Entwickler sich da Weide gedacht haben Aber Ja Damit sich der Magen umdreht Erstmal eine Zügeattacke Dann geht das Wer Wer Gehe Ich Stirb Stirb Einfach So Ich muss auf Toilette Ja 64 So Leute Ich muss jetzt mal auf Toilette Und Wir sehen uns gleich wieder Bis gleich So Da Bin ich wieder Und Gleich geht's weiter Oh 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 Ja 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 Ich weiß schon Gut dass du mich daran erinnerst hier Gegengift Und noch 10 Das ist ja super Genau Bei jedem Schrift zieht das immer Ein Kp ab Und Ist nichts Es Ich hab deine Absicht vorher gesehen Daher werde ich mich verlieren Und die Musik ist so geil Deswegen gehe ich drauf ab Daher is Sham ich bin Du Kur Black Du Du Geht gleich weiter. So weiter geht's. Oh, Doppelkampf. Na gut. Mega. Ich bin vom Küstenradweg heruntergefallen. Das war sehr schmerzhaft und ich habe mir echt ein paar Beine gebrochen. Aber ich kann immer noch Fahrrad fahren. Von mir das Fahrrad hat auch keinen Schaden genommen. Deswegen kann ich auch trotzdem Fahrrad fahren, obwohl ich ein paar 10, also 10, 20 Meter von der Brücke gefallen bin. Ist sehr logisch, aber hört sich extrem unlogisch an. Aber es ist halt so. Ist halt meine Geschichte. Und da ich diese Feindlichkeit vergessen will, musst du jetzt gegen mich kämpfen. Ist das dein Ernst? Ja. Alter. Psycho-Wenderin. Wen-Vendelin. Alter. Wer nennt sein Kind Wendelin? Das hört sich an wie ein Medikament einfach. Muss ich mal eingeben. Wendelin. Ist bestimmt ein Medikament oder so. Und Triathlet Kirsten. Kirsten Danst. Also Kirsten Danst, weißt du. Naja. Kennt ihr ja eigentlich von, ähm. Penkeler. Naja. Na gut, die Jüngeren dürften das nicht kennen. Obwohl es ja ab 16... Naja. Naja gut. Dürft ihr ja von Penkeler kennen. Kisten Danst. Naja. Abra. Abra Magne Thilo. Hat das ja eigentlich schon den Stahl-Typ? Ich weiß das gar nicht. Ich werde das mal probieren. Oh, die sind ja eigentlich... Wenn das... Wenn ich das so interpretiere, wie ich das denke, sind beide, die ich habe, sehr effektiv. Die kann... Nachtnebel... Abra machen. Er kann... Aquaknarre... ...auf Magne Thilo machen. Das müsste beides sehr effektiv sein, eigentlich. Mal gucken. Oh. Doch nicht. Volltreffer. Oh, das ist super. Magni Thilo wurde besiegt. 142 EP. 142. Kraftreserve. Keine Wirkung. Hahaha. So, dann... Erstaunen. Erstaunen. Wir müssen mal Tackle nehmen, einfach. Das ist sehr effektiv. Genau. Weil Geistattacken sind gegen... Psycho sehr effektiv. Eigentlich. Warum die andere Attacke nicht effektiv war... Keine Ahnung. Ich will es auch mal wissen. Aber na gut. Und Rettdien. Kirsten wurden... Sind besiegt... Kirsten danst. Ich konnte natürlich einmal meine... Eine Niederlage vorhersehen. Jetzt würde ich mal einen Beruf wechseln, ne? Hör mal auf mit neuen Live... Äh... Die... Leute zu verarschen, ne? Jetzt weißt du warum... Du die Leute verarschen. Und warum die dauernd immer anrufen. Ja, das ist nicht eingetroffen und so. Was laberst du für einen Scheiß, weißt du? Jetzt weißt du warum. Ups. Ich hab verloren. Schon wieder abgestürzt. Alter, wie... Vor allem dein Fahrrad sieht so heil aus. Vor allem... Das Fahrrad hat noch nicht mal Speichen. Das Fahrrad hat noch nicht mal Speichen, Alter. Wie... Wie kannst du denn drauf sitzen? Ganz ehrlich. Das hat gerade mal eine Speiche. Aber das... Soll halt die andere Federgabel... Ähm... Darstellen. Wie fährst du denn damit? Du so... Du so... Verstehe ich nicht. 960. Fallen verlieren, das ist so etwas von peinlich. Ich sehe... Ich sehe deine Zukunft. Ich sehe ein helles Licht. Ich halte gerade meine Taschenlampe in die Fresse. Das ist mein helles Licht. Elexier gefunden. Elexier... Itemtasche. Genau. So. Mona hat gar kein Pokémon kam. Hey Alter... Kann ich dich mal fragen? Ich wünsch dir, dass... Ich hab mal einen Wunsch. Ich wünsch dir, dass du mich... Zu einem Pokémon-Kampf herausforderst. Kannst du mir den Wunsch mal erfüllen? Erfüllst du mir den Wunsch, dass du mich... Zum Pokémon-Kampf herausforderst. Hey! Steig dir nicht so von hinten heran. Ist ja gut. Ich wollte nur wissen, ob du mich... Zum Pokémon-Kampf herausforderst. Aber... Na gut. Was hast du ja gemacht? Ein Tentacher. Naja. Erstauner. Gewonnen hätte. Du musst das. Hab ich eigentlich schon einen EP-Teil da oder so? Weil man. Ja, ich muss das Pokémon wechseln, weil... Dings muss noch... Der muss... Level 12? Boah, den muss ich ja noch richtig trainieren. Alter. Den muss ich richtig trainieren gerade. Alter. Der ist unfassbar. Ich mach jetzt mal Donnerwende. Oh. Na gut. Das mit Paralysin hat sich jetzt erledigt. Weil er schon bereits paralysiert ist. Nochmal T. Oh. Das wird ein... ...harter Kampf. Das wird ein echter Kampf. Nee. Den gewinnt er nicht. Ich kann's auch noch... ...ein paar Mal Tackle machen, aber... ...den Kampf wird er nicht gewinnen. Nee. Ah. Verdammt. Der muss endlich mal eine Elektro-Attacke leeren. Der alte Sack. Das kann ich noch einsetzen. Kati ist über... ...overpowered. Psycho auch. Hast auch Wasser-Pokémon. Ohohoho. Ziggy. Nimm mal Ziggy. Erschreckt zurück. Das ist sehr gut. Stuhl. Also muss ich schon wieder ins Pokémon-Center, Alter. Ich glaube... Ich hoffe, dass es in der nächsten Stadt... ... ein Pokémon-Center gibt. Sonst dreh ich durch. Was? Was? Welches? Nee. Weil mehr. Achso. Kopf los. Heul da. Ein Heul noch rum, Alter. Ganz ehrlich. Dass sie mir rumheulen müssen. Was soll denn? Von dir ist männlich, Mann. Wenn man ein Mann ist, ne? Dann heult man nicht rum. Man nimmt es wie ein Mann. Von dir auch die Niederlage. Könnten sich manche Leute ein bisschen was von abschneiden. Yay! Level 19! Alter, wie viel älter gerade noch ein bisschen. Also, jetzt wird den Tachar von allen eingesetzt. Wird auch nächstes Pokémon wechseln, gell? Ja! Werde ich. Und zwar kommt Playkati wieder dran. Na, ich glaube, die Playkati wird sich bedanken. Auf jeden Fall. Ähm. Ja. Habe ich einfach so gemacht. Gut. Erstauner. Gewonnen, hittet. Mensch, Playkati, levelt gleich wieder. Na? Ja, Level 24. Das war super. Ah. Ich habe verloren. Verflixt. Gib mir mal dein Geld, Alter. Und warum hast du eigentlich einen Pokéball an der Angel? Versuch's doch mal mit Würmern. Was soll denn das? Dann kannst du auch nichts fangen. Küstenradweg. Zwei Straßen. Eine oben, eine unten. Eine Straße für Menschen und eine für Pokémon. Das ist nur recht und billig. Ähm. Wieso nur für Pokémon? Ich meine... Ich... Ich... Von diesem so aus wie der Alte, die er seine... Der seine Vögel... Äh, seine Vögel vögelt. Oder sein Vogel vögelt, quasi. Wäre das nicht ein Spaß, mit einem Fahrrad voller Pulle den Radweg entlang zu düsen? Ja, Alter, dann mach das doch. Was laber... Was laberst du mich voll jetzt? Mach das doch. Was soll denn das? Ich... So. Boah, voll der Nerd. Die quatsch ich mal an. Hey, hast du letzte Zeit fern gesehen? Da gibt es jetzt jede Menge coole neue Shows. Fern ist in...